Chaldeische Katholiken aus ganz Europa nahmen das Kloster Untermarchtal ein. Naja, zumindest für eine Woche. Aber Chaldeische Katholiken, was hat das überhaupt zu bedeuten? Das bedeutet, der Ritus bei uns ist ein anderer in der Messe, aber wir kennen den Papst als Oberhaupt an und wir haben ein anderes Gesetzbuch. Beim Chaldeischen Jugendcamp kamen 370 von ihnen aus ganz Europa wieder zusammen. Die Gemeinschaft sollte ihren Glauben stärken. Trockene Haut kann man eben mit einer Tinktur aus Zitrone und Zucker wiederbeleben. Die Seele braucht oft aber mehr. Denn der Alltag hinterlässt manchmal Spuren, die nicht so einfach weggewischt werden können. In verschiedenen Workshops konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen deswegen Spaß und ihre Tradition verbinden. Zum Beispiel beim traditionellen Chaldeischen Tanz. Wir machen eine gute Traditionelle Danse. Das ist eine typische Assyrian-Iraqi Danse. Wir machen das die meisten der Zeit in Partys, in Wettbewerbs. Wie Sie sehen, die Leute haben viel Spaß da. Wer es ruhiger mochte, war beim Gebetskettenbasteln richtig. Arthur aus Stuttgart machte das zum ersten Mal, aber … Meine Mutter und mein Vater beten damit wirklich jeden Tag. Also die kennen das aus ihrem Alltag selber, dass sie das wirklich tagtäglich mittragen. Also meine Mutter hat das sogar in ihrer Tasche in so einem kleinen Schächtelchen. Der Glaube ist für die Jugendlichen ein Schatz, den sie in Untermarchtal teilen konnten. Das zeigte sich auch beim Malworkshop. Das ist der Grund für dieses Bild und für dieses Gespräch. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern und überall in Europa. Und eine Sache, die wir in common haben, ist nicht nur unsere Kultur und Hintergrund, sondern unsere Hoffnung in Gott und in Jesus. Und das ist das, was uns heute hervorhebt. Als Motto wählte das Organisationsteam Kommt und Seht. Ein Jesus-Zitat aus dem Johannes-Evangelium. Deswegen ist eben dieses Motto Come and See für uns ein sehr wichtiges. Es bedeutet eben nicht nur, über den Glauben zu reden oder ihn einfach nur zu betrachten mit unseren Augen, sondern nein, vielmehr die Erfahrung zu machen. Und das haben hier nahezu alle Menschen, die hier sind, auch die Jugendlichen, vertrieben worden zu sein, aber trotzdem beheimatet zu sein. Eben heute hier in Untermarchtal im Namen von Jesus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.